Mein Auto. Es ist ein Firmenwagen. Fahrt ihn hoch. Die USS Eldridge wurde nach dem Tarnkappenexperiment 51 an die Griechen verkauft, richtig? Umbenannt in Lyon, richtig? Natürlich. Und, ähm, wieso steht sie dann mitten in Pennsylvania? Das hier ist doch Springview. Ja, haben Sie sich verfahren? Nein, nein. Es hat sich nur etwas verändert. Der Generator zieht immer noch Strom. Von wo? Das wissen wir nicht. Das sind die wahrscheinlichsten Orte für den nächsten Vorfall. Springview bei den Tischfeuerwerken. Das hier wird die Nahrung. Was ist los mit dir? Ich weiß es nicht. Das Schiff ist nun auf mich ein. Nochmal, sie bringen mir diese Leute und zwar lebend, wenn sie können. Doch Tod ist auch gut. No! Untertitelung des ZDF, 2020